Wahrscheinlich ist es irgendeine bestimmte Kombination. Schatzu! Ups! Oder es sind sechs oder sieben, ich hab nicht mehr gezählt. Uff! Ich sag erst mal Uff! Das sah aus wie als wenn die Textur runtergefallen darf. Ja. Aha. Achso, damit wir hier leichter wieder hochkommen. Wenn du nicht mehr runterfallen musst. Mhm. Die Tür. Aha. Ne. Ne, durch. Wieso sägen die Stacheln da durch? Das ist durch Shit. Da oben liegt ein Bedi-Pack. Ein großes, so wie es aussieht. Ja, aber. Aber. Manu. Hm, Zigarettenrauch. Hm. Und ist alles zu, ne? Ja. Das glaubt mir nicht. Ich jetzt schon. Mhm. Wegen der Ausbeutung. Wenn alle zu ist, ein Gardinenpfort, da kommt nicht noch rein? Ja. Ja, dann nach deinem Fenster mal angucken. Mhm. Mhm. Ja, war ja schon ein Tischler da. Der hat da die Schrauben irgendwie stramm gezogen und sagt da, dich da geht's nicht. Stimmt, wir haben ja auch noch ein Becken. Ach ne, von da kommen wir ja. Mhm. Ich find's hier mit dem Fenster sowieso sehr schwierig gemacht. Mhm. Gebt sich da was, ja. Ja. Zwei. Mhm. Wenn das nicht. Na? Soll ich euch ein bisschen mit bleibfütteln? Auf den Anstoß. Hört sich an wie Rufus Hartmann. Ja. Irgendeine Wurst liegt ja an meinen Beinen. Aha. Das ist deine Wurst. Ah, meine Wurst. Oh. Da ist ein Gruner. Ja, einfach. Ach so, der ist festgepackt. Da ist auch einer. Leck den Wurfen dran. Moll, doch nicht dein Sohn. Da wird auch noch ein, oder? Mhm. Hat sich so angehört. Mhm. Wufus, nicht auf der Decke rumkauen. Im Dunkeln ist gut dunkeln, sagt man doch, ne? Ja. Aha. Zeig doch. Also, ja, genau. Erst, erst, erst mal drücken dann. Gut, dass sie sich Zeit lassen. Mhm. Und erst mal aufs Keksen müssen. Oh. Wieder ne Fake Tür. Und da geht's wieder zurück zu deinem Level. Kannst du wieder weitermachen. Wollen wir rein? Mhm. Was willst du sonst machen? Weiß nicht. Rumgucken? Hm. Hm. Kommt mal hier, ihr Kleinscheißer. Zack, tot. Hast du da schon alles angeguckt? Hast du mal... Hier? ...rechts und links geguckt? Ich muss erst mal drücken. Sollen die doch nicht. Noch nicht, aber sie kommen bestimmt gleich. Hm. Meinst du hier, ne? Kann nicht laufen. Ich mein neben dem Tempel. So neben dem Tempel. Hier meinst du. Ja. Sieht aber so aus hier, als würde es da oben. Weiter gehen. Ja, hallöchen. Ja. So ja, hier war. War hier noch was? Ne. Mach mal so ne Schräge. Hm. Schätz. Ne Schräg. Ich weiß. Ja. Ach. Ach, da kommt. Rhenu? Ist denn mit durch? Ist der langweilig? Ich bin mir halt nicht sicher, ob das von der Wunde kommt. Oder vom Nagel. Hm, okay. Aber wenn da die Wunde ist, dann wird es wahrscheinlich die Wunde sein. Naja, aber es tut hier weh. Ja, kann ja sein. Da ist die Wunde. Kann schon sein, ich bin mir nicht sicher. Warte. Leif, bitte. Tach, ich bin die neue, komm jetzt öfter. Das ist hier was zum Aufsammeln, ne? Ach nee, hier ist eine Sonneuhr. Du leuchtest. Ich leuchte? Achso, ich leuchte. Ich hab schon wieder eine Erleuchtung. Das ist ein Ding, ne? Wieso ruckelt das Spiel manchmal? Der PC ist einfach zu schlecht. Das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich brauche ganz dringend wieder ein Dinges Shampoo. Echt, ja? Ich hab mir jetzt eigentlich immer relativ teures Shampoo gehabt. Das ist jetzt alle gegangen. Mhm. Und ich hab eigentlich mit meiner Friseurin abgesprochen, dass ich das nächste Mal bei ihr Shampoo kaufe. Weil ich mit dem halt auch nicht so 100% zufrieden war. Ja. Und jetzt ist es aber halt schon seit letzter Woche alle. Mein altes. Also Shampoo und Conditioner sind alle. Und jetzt hab ich mir halt ein günstiges gekauft. Weil ich mir dachte so, okay, beim Friseur, das wird auch teuer sein. Sie meint irgendwas mit 13 Euro, glaube ich. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wie viel da drin ist. 2 Billi-Liter. Wow. Und dann dachte ich mir halt, okay, dann kaufe ich mein altes halt nicht nochmal nach. Weil das dann dann auch wieder 20 oder 25 Euro sind. Ja. Und... Wieso gehst du denn so? Ähm... Ja, hab ich mir jetzt ein günstiges gekauft von dieser Nature Box. Mhm. So, scheiße. Also ich hab... Echt, ja. Gut, ich benutze jetzt auch seit ein paar Jahren nur noch so ein teures Shampoo. Also keine Ahnung, ob es früher auch so war, aber meine Haarstruktur ist so scheiße mit dem Shampoo ist unglaublich. Echt, ne? Ja. Merkt man das? Also wird das Trauer, oder? Ja. Tja. Ja. Oh ja, tatsächlich. Krass. Ja. Und der Conditioner, den ich damit gekauft hab, der sorgt zwar dafür, dass meine Haare glänzen, aber der ist auch so schwer für die Haare. Okay. Und die sehen auch fettig aus, obwohl ich nicht viel benutze. Ja. Ja. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich früher mit günstigem Shampoo klargekommen habe, ob es auch so war oder ob es an dieser Marke halt liegt. Ja. Ja. Und dann gibt es dann ein paar Headern, die sich halt andauern. Also da sind immer Knoten drin, also ich krieg das nicht mehr weggebürstet. Mhm. Selbst wenn ich gerade bürste, da sind sofort wieder irgendwie Knoten drin und das fühlt sich so knotig an. Keine Ahnung. Okay. Ja, das ist natürlich Kacke, ja. Ja. Ich hab ja erst nächste Woche meinen Flughaftermin. Mhm. Lässt du da eigentlich noch großartig was machen? Lass du noch mal nachferben oder so? Mhm. Entschuldigung. Gute jetzt mehr. Ach, doch mehr, ja? Sehr schön. Ja, das war von Anfang an klar. Ja, ja. Weil da ja in der Weile nichts mehr kam, dachte ich, ja, vielleicht machst du jetzt doch nur so das, das, ähm, das Unterhaar quasi. Nee, aber das kostet, äh, zwischen 130 und 150 Euro und das mache ich ja nicht mit einem vernünftigen Haarschnitt nochmal zusammen, also. Ja, ja. Gut, klar. Ah, Friseur, Musik hoch wieder. Kriegst du die Haare wieder im Mund, wenn das Fenster aufhast oder? Nee, nicht im Mund, ins Auge. So. Da ist ein Gang. Wo ist ein Gang? Ach so, von dem Gang kommst du, ne? Ja. Von dem hier, meinst du? Nee. Den hinter dir. Ach so, den. Ja, von da komm ich. Da bin ich auch runter, ey. Oh, hier ist ein Alpha Wand. Schön. Ich bin Alpha. Du bist ein Wand. Mhm. Alpha Wand. Alpha Wand. Was? Ja. Ja. Nicht? Doch, doch. Ja, klar. Warum sind wir hier? Na? Ist Amy wieder aus Bett gegangen und jetzt kannst du an deine Fuß frischeln? Yay! Ich freue mich auspeitschen. Midas. Ja. Ich sehe auch sonst nichts. Was? Oh, war Midas nicht der mit der goldenen Hand? Das kann sein. Weil hier liegt nur eine weiße Hand. Da muss die goldene ja irgendwo sein. Mhm. Wenn wir etwa Versuche, der macht der goldenen Hand. Ich weiß ja auch nicht. Oh, hier passt am Ende. Das wird so schön. Das war ja so schade. Ach, Mensch. Ja, dann haben wir es ja geschafft. Mensch, das ging ja schnell. Wir sehen uns im dritten Teil. Ja. Ähm. Ja. Aber da war wirklich gar nichts, ne? Sandy. Kann ja nicht sein. Da muss ja auch was geht mit oder so sein. Das wir übersehen schon wieder. Ja. Meinst du? Ich habe mir hier gerade umgeguckt. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass da ein leerer Raum ist. Habe ich da... Ne. Das Medipack habe ich vorhin aufgehoben. Aber bei Medipack haben auch kein Geräusch. Von wegen Secret oder so, ne? Sonst hätte ich ja gleich wieder Sekret gefrien. Gefrien. Oder fällst du da irgendwann raus? Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Nicht verschlucken. Wenn es noch geht an Schokolade, wa? Ja, das brennt denn so schön. Von Keks. Von der Schokolade. Oh nein. Hast du noch was zu trinken? Nee. Brauchst du das? Nee, ich brauche... Ja, aber ich brauche erst mal was, wo das Ding drauf. Schmeißen ins Waschbecken. muss ich ja auflegen ja ich spiel ja gerade da ist kein dein beutel so nimm meinen beutel mit ja naja ich glaube du hast recht wir kommen hier irgendwann wieder raus oder ich auch nicht keine ahnung so kommen wir schon mal nicht hoch was macht es ich glaube der super jetzt freuen wir mit tappen vielleicht hat er nicht angefasst also hier kommen wir ja nicht hoch das ist harter oder doch so ich sehe da auch nichts raus kann doch nicht sein warte 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 vielleicht ohne vielleicht ohne anlauf ach doch nicht ich dachte da wäre so eine kante gewesen bobby bei diese dreiecke kann jemand mit auge mit ausstechen das sieht wirklich so aus als irgendwelche irgendwann wieder rauskommen bild die mit seinem ball warte ja und wuchst geht jetzt nicht ich bin hier an machen doch nicht dachte da geht es hoch sagt niemanden weiter aber ich freue mich auf den dritten teil ja müssen wir in die hand wissen wir müssen wir hier auf spucken oder warum ok da macht sie nichts oder haben wir sie ja haben was abgelegt nein vielleicht falsche stelle warte 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 hier geht es nicht mehr warte 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 w warte mal vielleicht müssen wir direkt aufspringen vielleicht müssen wir direkt raus mit irgendwo drauf zu bringen kenne ich mich aus vielleicht glaube ich habe was ja weil er hier die hand liegt wollte ich habe ich habe schon aus 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 spaß gesagt auch bei ihnen hier in die hand spucken müssen tatsache jetzt bist du zu gold und stirbst ja aber ich bin herangegangen und und konnte auf einmal mit steuerung warum wirst du mich nicht so ist leiser gedreht wahrscheinlich ist der hund wieder ran gekommen ich bin mit also ich bin ran und mit steuerung konnte ich da das item menü auf immer aufrufen aber der hat dieses zeichen nicht genommen hier sind bestimmt verstehe ich nicht ich zeige es dir gleich obwohl ich glaube das bringt hier noch nichts mit den ganzen schaltern wieso höre ich dich dann nicht mehr ja ich höre es warum höre ich dich nicht also durch die kopfhörer nicht ich weiß nicht möchtest du denn das spiel ja wie oder ich habe einfach keine kopfhörer einfach so gut dass ich keinen unterschied höre zwischen ohne kopfhörer das kann ja ja das wird so sein das sind die billig kopfhörer die sind so gut da noch und was sollen sie dir werden ja 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 die sind die sind doch nicht mehr so also die sind nicht mehr also ja sind schon noch weich und seidig aber nicht mehr so also diese flocken schneller zusammen ja so da kann es auch so frisch gebürstet sein wie es will wird wir müssen jetzt nachdem wieder oben dringend ich zeig es dir gleich morgen was ich meine warum habe ich nicht vorher gespeichert dann schreit nachdem was machst du hier liegt so und schreit so ein sprachnachrichten mensch das ist voll anständig aber wenigstens kurze 49 sekunden mit andrea da sind es gute 10 10 minuten meistens jedes mal manchmal auch 12 15 wir haben das öfter mal ein hübsch wir haben das öfter mal einen großen reden rede bedarf die hatten war schon aber hier schon fertig ganze abhören und die ans ohr halten ich habe das auch gerade gemacht als ich im bad war weil ich das so unhöflich finde wenn ich neben mir sitze und das telefon so dran ist ja 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 das ist sehr nett dafür machst du es jetzt nö das schreibe ich ihm nur und halte es nicht am kopf dran und sende es auch nicht ab kein schweigefuckst würde ich hier sind wir glaube ich danke hier warte ist das hier wo die affen hinter sind in diesem käfig ja ok er ist aber nicht offen was haben wir denn dazu macht außer dumm rum gesessen wo im ersten das allerheiligen ja ist ja in zwei wochen gewürztag nicht mal an der drei ok krasse 40 fast 46 mich nicht älter als ich bin ich habe dir damals noch gesagt da wurde mich zu meinen dreißigsten also war ja nicht also den hat er nicht mehr mitgekriegt aber fast bei meinen dreißigsten ausgelacht hast du bist ja fast 30 bis bald habe ich dir noch gesagt wenn du 30 wirst mache ich das gleiche mit dir und kann ich mich nicht mehr erinnern ich glaube nicht dass ich das gemacht habe das klingt nicht nach mir nein doch überhaupt nicht wenn ich bin da ja rufst du darfst nicht mitmachen war was ist da los ja nämlich doch noch eine runde ja 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 So, erstmal ein kleines Midi-Pack. So, hier war ja nischt, glaube ich. Warum kann ich hier nicht teilweise rennen? Der Schreibtisch ist einfach so klein. Ja. Ja, auf Arbeit habe ich dreimal so viel Platz. Ja. Ja. Also ist der Schreibtisch so groß wie meine Wohnung. Ja, wo um die Ecke. So, ja gut. Ach so, ein Eck-Schreibtisch, ja. Ist cool. Beziehungsweise zwei. Ja, gut, okay. Zwei Tische, jeweils anderthalb Mal so ein Teil. Hm. Und da. Ja, fein. Wie fein spielst du? Klasse. Nein! Ich habe den Spinn abgerissen. Oh ja. Na dann pummel mal wieder ran. Geht nicht. Das geht alles. Das geht alles. Nein. Doch. Nimm Taka. Das geht alles. Nein. So. Ich spreche erst mal. Saafelgarme. Hängt. Höher aber hängt. Zeig doch. So. Jetzt passt auf. Jetzt springt wieder auf die Hand drauf. So. Wenn ich jetzt hier rangehe. So. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Warte. Andere Seite. jetzt kann ich das ausgehen aber sie macht nichts hier komme ich auch nicht also hier macht sie nicht da kommen wir auf den fingern macht es auch nichts in dem finger macht es auch nichts oder ein bisschen weiter links oder rechts können wir gleich mal probieren wenn ich hier schon mal nicht so vielleicht musste der bestimmte finger sein auch nicht mehr auf dem weg er macht ich stehe im Daumen drin ich stehe im Daumen drin ja klar zu gold tot ja hätte es jetzt geschafft ja klar hier macht sie nichts meintest du ja genau oh da muss es an die Füße hab ich auch schon überlegt an die eine kundigliche Füße Millimeter für Millimeter ab testen hier jeden Fußabstand hier klappt es ich meine wenn man den da rüber zieht den Ring oder was auch immer du hast gespeichert oder ja dann äh wäre ja der Radius eigentlich größer muss ja auch ein scheiß tot sein mhm irgendwo und da muss da rein